Versicherungen sind einfach nicht cool. Aber einfach nützlich. Das erste Mal zur Miete. Das erste Maleur. Schaden, einfach online melden. Die erste Karre. Der erste Kratzer. Einfach anrufen. Das erste Mal im Public-Wi-Fi. Das erste Virus verbreitet. Einfach nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Es kann eben auch ganz einfach sein. Mit den Versicherungen der WGV. Die gibt es zu einfach guten Preisen. Mit einfach guten Leistungen.